hallo ich grüße euch zum teil 40c ich wollte mich heute noch mal bei euch melden im zusammenhang mit der abgabe des passos ihr habt ja gesehen dass wir an der r12 arbeiten es kommen allerdings sehr viele vorschläge in der zwischenzeit die alle noch eingearbeitet werden wollen und wir wollen noch alles prüfen ob das die vorschläge ob das substanz hat oder ob wir da wieder in irgendeine falsche richtung gehen das würde ich gerne noch umfassend prüfen und machen und dann würde ich das einarbeiten weil ich möchte nicht dass irgendwas rausgeht was nicht 100 prozent sauber geprüft ist ich weiß dass es momentan bestrebungen gibt die sache zu sabotieren ich habe vor einer halben stunde gerade einen anruf gekriegt von jemanden der versucht den leuten was mit ucc auf den tisch zu haben und kalte gründung also irgendwie in leipzig muss es wohl wieder ein gegeben haben der eine kalte gründung gemacht hat und dann behauptet er hätte die die gemeinde im prinzip in das kaiserreich entlassen das haben sie nicht weil das geht nicht weil es hängt einfach mit den siegelrechten zusammen die siegelrechte kann man nur über ein referentum erwerben und wer was anders behauptet da beginnt halt siegelmissbrauch und da kann natürlich von der bad abgemahnt werden weil die bad genau solche sachen eben nutzt um den leuten dann in eine rein zu hauen weil erst dann wenn das referentum über 50 prozent positiv ist dass derjenige das siegelrecht nutzen darf kann er überhaupt ein staatliches dokument erzeugen also das was du von der bad als ausweise und dokumente ansiehst sind alles nur ich sage mal genehmigung schreiben aber das sind keine staatlichen dokumente brauchst du dich bloß mal in den fernen land sagen wir mal in indien auf dem arbeitsmarkt bewerben die wollen alle eine bestätigung der gemeinde haben die interessiert nicht was der bund macht weil die wissen dass der bund ein parteikonstrukt ist dort wollen die von der gemeinde eine bestätigung weil die gemeinde sehen die im notstandsrecht des kaisers weil die haben nicht so eine verblödungspolitik erlebt wie wir sie überall in der schule in der schule haben dass den leuten liegen erzählt werden der staat ist immer noch das kaiserreich und das wissen die allerdings rum wir sind deutschland wissen sondern wieder staat heißt und wie die staatsflagge aussieht das ist immer wieder das problem so man muss auch wissen wie ist es denn mal entstanden ihr müsst wissen dass die dass die weimarer freimacher die im wesentlichen zionistische juden waren versucht haben die wirtschaftskraft kraft des kaiserreichs zu zerstören das war das ziel weshalb man versucht hat alles zu privatisieren auch gleich nach der wende also war dann auch versucht die ddr das volksvermögen zu stehlen und alles zu privatisieren und wir haben jetzt vor anderthalb jahren ärger gehabt mit jemanden der hat ein volkseigenes gelände gekauft und hat dann uns versprochen ja das könnt ihr für eure truppenteile hier als ausbildungslager oder schulungszentrum nutzen und hat uns dort hier über ostern arbeiten lassen und dann hat das schiedsgericht ja da habe ich dann beschwerde gemacht weil er hat das einfach nur gemacht um ja das grund dass man mal durchgehen kann und den ganzen müll wegräumen hat das im prinzip als billige arbeitskräfte braucht hat aber eigentlich mit uns wirklich nichts zu tun gehabt und hat uns also nur über ein radisch gezogen mich dann auch noch mal ein paar tage dort arbeiten lassen ohne die rechnung zu bezahlen und das wird also in den nächsten tagen dann eine starke anzeige enden weil wir lassen uns hier wenn wir auf guten glauben hin anderen leuten helfen nicht verheizen so das ist aber das ist auch eine andere geschichte momentan zieht er ja durch die kante und wird hier ja unsere bewegung verleimten da haben wir jetzt einige die mir das zugetragen haben also es sind schon ganz schön widerstande da aber das macht alles nicht das bin ich gewohnt leute von seinen schlagen da sind wir schon letzten winter drei im rucksack erfroren also das sind alles zwerge die bei der dammerung lange schatten werben das das ist mehr ist es mehr das sind leute mit einem niederen bewusstsein die einfach spaß daran haben jeden zu betrügen oder irgendwann die taschen voll zu hauen also ihr kennt euch ja mal den teil angucken war das bei protokoll frisuren oder so hatte ich das genannt das sind sechs teile dann mache ich demnächst noch einen siebten weil das hat inzwischen eine fortsetzung gefunden südermahlen geheime parteitag gemacht worden wo wir dann alle eingeladen wurden wo dann wieder versucht oder eine entlastung zu erzielen ja und ich bin mir mit dem hauen bankers geschieden also mir arbeiten nicht zusammen und ich telefoniere auch nicht mehr mit dem weil er sagen wir mal dinge gemacht hat die überhaupt nicht funktionieren wo es jetzt auch richtig aber gibt dauert nicht mal lange dann gucke ich mir das nicht mehr lange an weil ich habe immer so eine gewisse gewisse sache wo ich sagen man es kann mal jemand fehler machen und aber wenn das dann massiv wird und wenn das dann insgesamt schade da muss man halt was so machen das erst mal nur als dinge ich werde also ich habe den termin 16 komment abgesagt bin gerade mit dem jenischen zusammengerasselt am telefon weil ich habe nur meine klare ausrichtung wir werden die leute nicht belügen weil ucc recht ist rutschelt rutschelt hat es auf den weg gebracht um hier in deutschland ucc recht zu vollstrecken weil bis ins hat er ja kein erfolg gehabt weil er muss sich ja im prinzip auf das alte kirchenrecht beziehen also der papst hat den anspruch auf alle seelen so muss das verstehen und ihm zugeordnet ist das ucc und rutschelt hat im prinzip im vatikan das geld liegen und er untersteht oder über ist auch über allen freimacher also die freimacher logen haben sich sozusagen dem popst untergeordnet aber nur scheinbar weil wenn der popst schwierigkeiten macht wisst ihr ja gibt es noch so einen popst hat eine ganz kurze amtszeit so dass sie also alle inneren anderen sozusagen das messer an der kehle hat so funktioniert im prinzip diese freimacher pyramide und die freimacher sind eben diejenigen die die weimarer blick im prinzip auf den weg gebracht haben und ihr könnt mir erzählen was ihr wollt aber die haben ihre pläne nicht aufgegeben und jetzt versuchen sie es mit dem ucc erst haben sie versucht mit der selbstverwalterei und es ziehen immer noch leute da draußen rum die den leuten erzählen ja ihr könnt der selbstverwaltung machen und erzählen denn nicht dass die un-resolution nur ein entwurf ist und dann gehen die natürlich auf irgendwelche kleine ortsgemeinden die sich damit nicht auskennen und die das nicht wissen und die kriegen dann erst mal die un inzwischen bis sie rausgekriegt haben dass das nur ein entwurf ist der aber nicht zu einer abstimmung kommen und nach rechnen zur ratifizierung ja dann ist da mit einem halt passiert und leute die sich dann dort verlassen haben und einen richter geraten da das weiß die feine dort dann böse auf der nase und das ist genau das was eben hier vor kurzem auch passiert ist wo ich dann erst mal jemand wieder raushelfen musste aus dem ganzen mist aber vieles lässt sich eben auch eine eins zu eins zurückdrehen weil der schaden entsteht nicht erst mal ich nur zum freistaat bundesstaat sachs nur wie sie sich genannt haben ist totaler quatsch also ich bin bundesstaat kein solches bundesstaat oder ich bin ein freistaat wenn ich ein freistaat bin bin ich in der hierarchie freimauerei drin weil die staatsrelegierung der bundesrepublik ist normal nicht freimauerei wartet euch bloß einen alten perso angucken treten auf den kopf rückseite habt ihr den baphometen der baphomet ist der gott der freimauerei gott der freimauerei ist ein gott der sklaverei und des kindesmissbrauchs das ist genau das was die grünen rot-grün und die fdb praktiziert weil die fdb ist der politische organ der freimauerei das sind also alle höhen funktionäre mit hundertprozentiger sicherheit freimauerei und die cdu von der frau merkel an oder gerechnet sind sie auch alle bleibrit und löschen und todori alles wie gesagt freimauerei versifft und von diesen aus diesem sumpf kannst du keine wirtschaftlichen impulse für dieses land erwarten das ist einfach nicht möglich und der kaiser hat das nicht gewollt da hat sich versucht dagegen aufzustellen aber hat die die gefahr die davon ausgeht natürlich völlig unterschätzt jetzt vor kurzem ist ein schreiben aufgetaucht das belegt dass die soldatenräder den kaiser mit dem leben bedroht haben es ist jetzt nur erstmal eine abschrift aber wir hoffen mal dass man das original auch noch kriegen dass also noch jemand ein original findet was also dort eingegangen ist und wo der kaiser sich dann genötig gefühlt hat ins ausland zu gehen interessant ist dass das datum schon 18 der zehnte auftaucht also aber das schreiben wohl nicht zu diesem zeitpunkt ausgeliefert wurde weil dann wäre der kaiser schon für eher gegangen interessante geschichte dass es überhaupt erstmal existiert muss man sich nochmal dann genau damit befassen entscheidend ist aber dass die wiederherstellung einer gemeinde nur funktioniert wenn du vom notstandrecht des kaisers ausgeht also aus was staatlichen kann nur was staatliches kommen und aus was nicht staatliches kann nur was nicht staatliches kommen an einem apfelbaum wachsen nur apfel und an einem birnenbaum nur birnen also in einem guten bahn kommen nur gute früchte in einem schlechten bahn nur schlechte früchte so ist es nun mal so das ist in der natur ein durchgängiges prinzip und was in irgendeiner verbindung zur weimarer blick oder zu kalten gründungen hat führt immer dazu dass du wieder in die weimarer blick zurück fällst und zwar möglichst mit schaden das ist das was die bundesrepublik für alle von uns vorgesehen hat deswegen haben sie die leute ja reingeholt weil in dem moment wo du einen gelben schein beantragst trittst du die rechte auf deine bundesstaaten angehörigkeit ab und weil du noch auf dem pet unterschrieben hast wird mit dieser unterschrift für dich für ein ausländer diese bundesstaaten angehörigkeit verliehen und zwar gegen geld was an der börse in handel gebracht wird weil ja derjenige der dann hier lebt auf deine identität hin also auf deinen anspruch auf deine rente vom kreislauf und auf deine staatlichen sozialleistungen also im prinzip eine schattenperson von dir real erzeugt wird das was im handelsrecht nur vor gericht oder 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 von irgendwelchen wanden gespielt hat das wollen die jetzt real nachbauen also eine reale person erzeugen die deine bundesstaatenrechte sozusagen übernimmt in dein haus ein zieht auf deinem land wohl und dich dann sozusagen mit hilfe von isis aus dem land jagen das ist das was die frau merkel hier in dem land vorhat so und das ist auch das was die freimacher vorhaben mir kann keiner erzählen an der freimacher hierarchie dran ist dass er nicht für das ucc eintritt und wird für über verschlungene wege irgendwelcher gemeinde aktivierung ohne referendum was natürlich nicht funktioniert was nur eine kalte gründung ist dass das zu was gutem werden kann mir niemand erzählen ich glaube zwar den leuten dass er herzens gute leute sind und dass die hoch an das gute und wahre geklappt hat aber das haben die ssd genossen ja auch behauptet nach der wende sie haben dann geglaubt dass das der einzige weg ist wenn man sich vorankommen will was bewegen will da muss man halt in der partei gehen ich habe es anders gesehen ich habe immer gesagt wenn man auf ehrlichen weg geht geht es ein bisschen langsamer aber es geht geradlinig und man hat keine solchen rückschläge so jetzt ist natürlich wieder so dass leute sagen ja das geht uns alles zu langsam ich muss sagen ich bin ja alleine momentan hier mit einem studio aufbau weil die anderen leute haben in dresden und leipzig auch baustellen und es kommt immer zu mal jemand helfen aber ich kann ja alles auf einmal machen wenn ich jetzt gerade mal baumaßnahmen haben kann ich an der a12 weiter stecken es ist also alles ein zeitliches problem aber das ist nicht schlimm wenn dann die redaktionsräume fertig sind haben wir mehr leute hier arbeiten dann geht es auch ein bisschen schneller können wir auch die mail abarbeiten also es ist momentan so dass die feedback e mail adressen nicht alle abarbeiten kann weil die rechner gar nicht aufgebaut sind was wir hier haben ist im Prinzip ist nur die sendetechnik aber das andere ist noch eingepackt weil der bauträgt beschädigt halt nur die rechner das ist also der hintergrund dann auch wissen sollte vorgesehen ist dass in nächsten vier bis sechs wochen hier alles soweit fertiggestellt ist dass die schreibtische eingebaut werden also fußboden gelegt werden wir haben das material auch schon da aber es muss eingebaut werden und in der zwischenzeit hoffe ich dass ich euch die restlichen unterlagen noch fertigstellen kann und dass wir nach der a12 dann die a13 und so weiter machen wo wir also immer kleine verbesserungen einbauen wir gehen einen gewaltlichen weg und wir lassen uns nicht irgendwelche ucc kalte kalte aktivierung das gibt es noch vermisst ja gut da ist dann wieder erzählt worden hätten in leipzig jetzt eine gemeinde aktiviert nicht das haben sie nicht sie müssen im prinzip die siegelrechte dieses alten staatlichen rechts erwerben und schon wenn sie war mal auf dem blick sind dürfen sie es nicht da kann ich sowas dagegen klagen und dann sind die siegelrechte wieder los weil sie nicht an der staatlichen grundordnung die weimarer publik darf die staatliche die staatlichen legitimation gerne übernehmen weil der friedensvertrag von bresteldovs sieht vor im artikel 8 alle leute in die heimat zurück zu schicken seit wann ist denn die weimarer publik oder die bundesrepublik unsere heimat die heimat ist der bundesstaat und russland ist unter pflicht uns in die heimat zurück zu schicken und weimarer heimat heißt dass wir in die bundesstaaten angehörigkeit zurückkommen und das haben wir auch schaffen aber wir müssen uns mal bewegen und es können alle sagen ja ich hab da angst und die haben wir das aus aus den ausweis nicht abgenommen du musst mit zeugen dorthin du musst mit zeugen dorthin die leute haben uns in der nazistaats angehörigkeit aus auge gedrückt das wissen die auch inzwischen und wir wissen die wissen auch dass wir es rausgefunden haben und jetzt ist es so gewesen wir waren jetzt in kranzahl oben wollen die ausweise abgeben da hat der bürgermeister mit dem kreisrat telefoniert da gibt es ja nur einen der das ist und das ist der jenischen leute der genau weiß was mit der staatsangehörigkeit ja nicht stimmt und der den leuten eine nazistaatsangehörigkeit aufs ohr gedrückt weil er dann darüber herrschen kann weil die nazi gesetze zur eindämmung des nationalsozialismus die nutzt er dann um gegen uns vorzugehen das ist die miese nummer aber wir haben ja gar nicht die staats die nazistaatsangehörigkeit weil wir in mitteldeutschland überhaupt keine rechtsnachfolge angetreten haben er macht sich strafbar weil er die gesetze des nationalsozialismus fortsetzt und das müssen die leute auf den demos mal thematisieren wir haben in mitteldeutschland direkt seit dem 18.07.1990 0 uhr die bundesstaatenangehörigkeit zu beanspruchen wenn die wenn das verwaltungs das staatsfragment ddr wirklich an dem tag gelöscht worden ist also wie der gert heimuth commasar ja bezeugter der vom militärischen abschirmdienst war und der gesehen hat was hier läuft dass sie die leute betrügen wollen muss dann natürlich mal die flucht ergreifen hat es dann vom ausland ausgeschrieben das buch aber ich gehe davon aus dass es ein ehrlicher mensch war ein ehrlicher mutiger mensch vor dem ich jederzeit den hut ziehen würde und es sind einige wenige vor denen ich den hut ziehen würde weil die ganze politiker und beamtenkaste ja einfach nur darauf aus ist uns zu betrügen und sich dann im prinzip ja vom ankel zu machen wenn das volk gemerkt hat dass es wieder mal betrogen worden ist das ist das also merkel plant im prinzip ständig ihre flucht und versucht das nur immer mehr solche kämpfer reinzuziehen die dann hier durch die dörfer gehen und dann rein weil sie die leute abschlachten wenn sie ihr haus und hof und auto und die 3.000 oder 5.000 euro nicht kriegen die sie unten den leuten in libyen versprochen haben das heißt es ist also geplant zu sagen es konnte an dem 27 10 2017 ja kein bodenrecht mehr bestanden haben oder am 28 kind mehr bestanden haben weil es hätte ja maximal der vertrag 99 jahre ausgefertigt werden können das ist das was seit mittelalter usus ist ja also es gibt ganz wenige aufnahmen dass das mal auf zehn jahre oder weniger gemacht aber es gibt keinen wo das deutlich länger auf ewig ist es nie gemacht worden sondern immer so 99 jahre das heißt das längste das längste bodenrecht das eingetragen wird war das was am 27 10 1918 eingetragen wurde wenn dieser tag rum ist dann kann er kommen und sagen ja es gibt ja jetzt nur noch ist ja dann alles wird an das kaiserreich zurückgefallen und alles was wir machen müssen ist im prinzip im medien nordweimarer gründen also eine weimarer republik den stadt sozusagen wegputschen und dann sozusagen die bodenrechte die weg verfallen sind sich einfach nehmen und dieses land an investoren verzocken und uns aus dem land treiben das ist der sogenannte hudenplan das ist das was frau merkel bezweckt mit den leuten die sie reinholt die will also noch mal drei millionen solche angeblichen flüchtlinge aber es sind immer nur männer sind immer nur kämpfer und 30 prozent oder 15 prozent sind von isis das ist das und die haben auch ja schon waffen gefunden also dass die 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 wenne wo die her sind saudi arabien oder türkei oder was sie sich ihre waffen ja reinbringen ins land und die heimlich sozusagen dort einlagern da muss die bundeswehr und auch der staatsschutz mal aktiv werden da können sie mal den staatsschützen da müssen sie mal solche illegalen isis waffenlager mal ausheben das ist ihre aufgabe da würden sie vom volk gefeiert werden da würde vielleicht das volk an dem tag wo das alles einbricht mal ein bisschen knade walten lassen an allen anderen fällen sind sie nämlich dran wegen verfassungshof verraten das wäre mal eine chance dass sich mal einer von diesen hohen bundeswehrbeamten sagt es geht hier nicht so weiter wir müssen diese diese verbrecherbande im bundesag entmachten und die verfassungsmäßige ordnung von der verfassung 1871 wieder herstellen die bundeswehr hatte das recht hätte auch die mittel dazu aber wenn sie alle noch korrupt sind funktioniert es nicht am ende wird es zu einem bürgerkrieg kommen und wenn der bürgerkrieg gegen die bundeswehr läuft dann gibt es da keinen überlebenden die paar tausend mann die überrennen 80 millionen volk das ist überhaupt kein problem das müssen müssen klar sein keiner will ja am anderen was böses aber das ist die alternative zur verfassungswahl ist dass der ja der isis dann hier die landnahme macht und die leute außen außen ausjagt ja und dann haben wir den offenen bürgerkrieg also dann sind wir wirklich ja mit bespaulschläger und langen messern unterwegs eine andere möglichkeit uns zu werden haben wir dann nicht wenn die isis kämpfer kommen und uns hier abschlachten wollen werden wir das nicht kampflos machen das ist der punkt die einzige chance dass die situation zu vermeiden ist eben dass sie zugeben dass sie uns hier am 17 7 1990 betrogen haben und dass wir alle die bundesstaatenangehörigkeit zurückkriegen und sie haben ja die möglichkeit in dem reisepass das hinten einzutragen wir müssen es nur machen und sie kennen nur erst mal ihr bundes deutsches siegel dort reinknallen bis dann die die wahl der siegelgebiete durch ist haben wir ja auch nicht unbedingt problem wir wollen ja nur die rechtstellung haben weil eine Einbürgerung darf die bundesrepublik ja eh nicht machen ja da das darf nur verweser weil da der verweser repräsentiert das staatsoberhaupt und das staatsoberhaupt bestimmt wer der staatsantioarischer ist weiß nicht das hat auch das ucc nicht zu bestimmen und das haben auch die richter nicht zu bestimmen weil die sind wahrer blick wahrer blick ist im prinzip die selbstvermächtigung einer verwaltung die der kaiser nicht bestellt hat der kaiser hat seinen amtmann und nur der amtmann hat das zu entscheiden und das was wir hier als bürgermeister wollen hier in dem land haben das ist im prinzipien fähig dass die leute glauben sie haben irgendjemanden gewählt da das zu entscheiden hat aber wenn die wahlordnung die staatliche wahlordnung nicht benutzt worden ist oder ist ungültig und ganz einfache geschichte hat das festgelegt und diese wahlordnung gilt und dass die damals noch kein wahlrecht war ist einmal so weil die frauen vielleicht damals noch nicht so politisch aktiv sind aber ich kenne eine ganze reihe frauen die es aufgeweckt sind die sorgen wir müssen unseren kindern eine zukunft bieten es kann nicht mehr so weitergehen ich will nicht dass hier meine kinder in der frühsexualisierung befummelt werden also stichwort besorgte eltern oder dass sie dass die auf einmal in islam übertreten müssen wo dann überhaupt keine freiheit mehr ist wo sie ich will nicht dass meine tochter hier mit so einer bürger draußen rum das kann man doch verstehen und da wecken die frauen auf wenn es in ihre eigenen befindlichkeiten ihre eigenen kinder gehen dann werden sie auch immer politisch aktiv und dann sind es auch kämpferinnen im wahrsten sinnes wortes da machen sie dann schon da konkurrenz so aber wir wollen ja also ich habe ich habe die hoffnung noch nicht aufgegeben dass wir über die gründung der wahlkommission und verweserwahl die sache sauber klären können und zwar ohne dass irgendjemand eine rüberwohner gehalten wird es kann bloß sein dass diejenigen die die letzten 100 jahre auf unserer kosten wie die parasiten gelebt haben ihren zusammengerafften reichtum abgeben müssen ich würde mal sagen dass das eigentum der spd was sie sich die letzten 100 jahre zusammengehofft haben konfisziert wird aufgrund von verfassungshofberat endlich wird es den grünen übergehen und endlich wird es der cdu übergehen also deren vermögen ist so gut wie aufgerucht weil die müssen die politische verantwortung übernehmen und die haben natürlich auch die die kosten zu tragen und es wird jeden einzelnen bundestagsabgeordneten gehen dass sie bei denen dort rein fanden weil der schaden muss von allen aufgebracht werden die die handelnde waren der handelnde haftet und nach reichsrecht gibt es keine insolvenz es gibt auch keine keine haftungsbeschränkungen bis der schaden aufgebraucht ist da bin ich ja gespannt wie dann einer über einen anderen her fällt das ist aber dann so die werden sicherlich die grundsicherung kriegen aber der rest ist weg und wenn sie es verschenken wird es bei dem anderen weg geholt wo sie es hinverschenkt haben das rettet die nicht wirklich wir müssen das problem klären und die einfachste möglichkeit ist dass die bundesrepublik ihren angerichteten schaden selber trägt weil in allen anderen fällen würde dann der jeweilige bearbeiter dafür haften na also wenn irgendjemand eine meldestelle die bundesstaaten angehörstelle bestätigen will dann muss dieser bearbeiter da wird alle kosten einstehen ob es jetzt ein verfahren war wegen gez oder wegen irgendeiner uwig er haftet für die gesamten prozesskosten und alle zinsen und hat möglicherweise sogar ein problem die den schaden zu bezahlen weil man kann ja selber sagen eine euro nehme ich eine euro ist eine inflationswährung ich hätte entweder mark oder d-mark so und da aber mark noch keine kurse gestellt sind für mark müssen sie es in d-mark bezahlen wird dann viel freude die alternative wäre noch feinguld und das betrifft auch die argen weil die argen haften für die differenz zwischen der besoldungsgruppe a1 und dem was sie dir auszahlen wenn sie dir noch geld wegnehmen kann ich bei den mitarbeiter sobald das system umgefallen ist gehen wir davon aus dass das nächstes jahr passiert dort in sein privates häuschen rein finden das mache ich natürlich auch da habe ich überhaupt kein problem damit so weil uns haben sie ja die ganze technik gestohlen und verschlagen und zwar drei vier jahre her aber ist egal und da will ich alles ersetzt haben bis auf den letzten cent und ich habe 17 prozent zinsen das sind meine privaten lgb und die sollte jeder von euch auch haben also das dann gleich sagen 17 prozent habe ich schon mal erklärt wie sie zustande kommen 14 prozent hatte die bundesbank trotzdem kommen wir noch ein paar zerquetschte am dorf oder euro einführung auch für waubarakredite 3 prozent kommen für die kreditvermittlung obendrauf macht 17 prozent und die kann man den arbeiter drauf hauen so dass das natürlich jetzt mit der vollstreckung von zwischenforderungen noch nicht funktioniert liegt einfach daran dass wir noch keine exekutive haben aber die bestrebungen sind vor allen dingen eben in den ländern bulgarien oder so wo es also schon bürger werden haben schon da und es ist dann nur eine frage der zeit bis wir in deutschland auch ordentliche bürger waren haben die durchaus in der lage sind eine exekutive zu stellen und die das recht dann auch durchsetzen da ist aber nicht meine baustelle ich kümmere mich nur darum dass es eine ordentliche wahl gibt und dass wir fähige leute kriegen die in der lage sind die recht das recht und gesetz vom kaiser dann auch durchzusetzen und das richtig zu interpretieren wir wollen ja auch keine keine siegerjustiz haben um wieder neues unrecht zu erzeugen weil das würde ja wieder dazu führen dass es wieder streit gibt und wieder abgrenzungen und dann einer und anderen sei teufel ist und dann haben wir ja zehn jahre später der nächste revolution das ist er kein gedient sondern es muss gerecht sein und gerecht ist dass derjenige der schaden angerichtet hat wird den schaden aufkommen dass dann natürlich von einer gewissen zeit schlechter dasteht wie der rest ist nun mal so aber das hat die ja auch nicht interessiert wo es uns so gut ging so so muss man es lesen so also noch mal handlungsvorschrift ihr wollt ja denn dass der passel abgegeben wird ich habe es schon mal erklärt erste ist die datenvoll auskunft datenvoll auskunft es geht nach § 38 bundesdatenschutzgesetz und da gibt es auch dann noch mal die § 19 also die auskunftsrechte guck da einfach mal rein bundesdatenschutzgesetz also nicht nicht nach dem melde gesetzt danach geht es nicht es geht nach dem bundesdatenschutzgesetz damit ihr wirklich alles seht so und dort guckt ihr nach dem personalstatus seid ihr dort personal oder seid ihr nicht personal inzwischen habe ich festgestellt dass manche gemeinden das umgestellt haben zwischen vorneweg stand aktiv bei manchen steht es aktuell aber aktuell und aktiv ist das gleiche er muss auf inaktiv stehen also kein personal oder sie müssen es trennen also personaleigenschaft nein da habe ich auch kein problem die können ja von mir aus in der verwaltung machen wenn sie denken dass das nötstandsrechtlich entlastbar ist ich habe da so meine zeifel aber wenn sie denken und noch weiter mitspielen wollen dann müssen sie sich auch in das kaiserliche recht halten wenn sie es nicht machen werden sie weggesägt so einfach ist das so also datenvoll auskunft danach gucken dass der reisepass lange genug gültig ist wenigstens ein jahr noch so nicht auf dem pad unterschreiben auf keinen fall weder bei der beantragung noch beim abholen die sind verpflichtet das auszudrucken weil mit dem pad könnt ihr jederzeit abtretungserklärung eurer staatsangehörigkeit erzeugen und das ist genau das was sie denen dann im prinzip mitgeben also sozusagen den migranten geben die die eure staatsbürgerlichen rechte und deswegen kriegen die mehr knete als ihr das ist das ist alles das ist der betrug der gemacht wird die frau merkel tut also jedes mal wenn ihr noch einen gelben schein macht bei euch eine kredit beantragung von 50.000 euro das ist ein mechanismus in irgendeinem rechner drin der aufgebucht wird sobald jemand einen gelben schein beantragt weil du mit einem gelben schein wirst du ein rechtes deine bundesstaatenrechte werden überblendet die sind noch nicht weg weil du wurdest ja getäuscht aber du musst dich erstmal gegen die täuschung wehren und deswegen so der a11 der schein a11 reicht schon viele sagen das wird eine greifen doch so reicht du musst dich dann bloß kümmern dass du wirklich dann das abgibst mit zeugen und dann das protokoll noch hinterher schicken das protokoll machen wir dann die woche sicherlich auch noch fertig ich will mal sehen ob ich es beim honigmann schon zeigen kann also wir wollen am wochenende zum honigmann fahren ich weiß nicht wer noch mitfährt mal gucken mir ist es eigentlich auch lieber dass die andere versammlung jetzt abgesagt wurde habe ich kein hin und her reise problem können wir wirklich drüber arbeiten und am wochenende was fertig stellen so und wenn leute meinen sie mit ucc was machen müssen da bin ich nicht dabei da tut mir leid also mit zwischengekasperr gebe ich mich nicht ab es ist klar und eindeutig rutschildes kind und damit ist das ucc für uns gestorben dass die bundesrepublik damit arbeitet ja sie arbeiten auch mit willküren sie schlagen auch alte frauen wenn sie durch die wohnung durch wollen und schlagen auch kinder und schießen leuten mit dem wasserstrauß auge aus das macht die bundesrepublik auch aber deswegen ist das noch kein recht das muss man einfach wissen ja gut ich komme schon wieder zu schwärmen so und solange wie also leute wegen ihrer meinung einsetzen also die hoferback oder wie sie wo ist die einfach nur eine meinung hat die hat dann die meinung und die kann man nur mit fakten überzeugen wenn sie die fakten eben nicht liefern ja wenn sie denn da sind können sie ja liefern wenn sie es aber nicht überzeugen können können sie nicht überzeugen deswegen kann man aber seine alte frauen einsperren das ist wirklich also abartig was so läuft so denn ich würde mal sagen das hauptproblem ist ja nicht das sondern es ist ja das reinwiesen lager weil hier ist ja wirklich dann auch schwerer kriegsverwaschen begangen worden aber das wird ja in der schule nicht gelehrt und man will ja dass das möglichst vergessen wird wir werden es aber nicht vergessen und wir werden auch niemand vergessen der die feuerstürme hier in den großen städten erleben musste und dass das ganz klar an die engländer und amerikaner adressiert werden muss dass bewusste vernichtungsschläge gegen die zivilbevölkerung gemacht haben da da ist noch nicht das letzte wort das wird auch nicht vergessen nie vergessen sondern das sind verbrechen kriegsverbrechen schlimme kriegsverbrechen über die wir beim prinz oder reden müssen da geht es nicht nur um geld da geht es auch um die politische verantwortung dafür geht auf jeden fall haben wir ja selber mit dem nationalsozialismus nichts zu tun man muss ja immer klar unterscheiden zwischen kaiserreich und nationalsozialismus nationalsozialismus ist die fortsetzung der weimarer blick also im prinzip fremerei die politische arm der fremerei das ist war mal ein blick und fortsetzung nationalsozialismus und heute bundeserblick da ist durchgehender worden nur das kaiserreich das wollte mit fremacher nichts zu tun haben deswegen beziehe ich mich immer auf das recht bis zum 27 10 1908 da bin ich aus dem nazi vorwurf komplett raus der kaiser war kein nazi dann einfach wenn er das so macht habt ihr nie ein problem so und ihr könnt immer recht kriegen weil der richter muss letztlich das recht gewähren solange die hlko bestand hat und die hat so lange bestand bis der friedensvertrag im prinzip vom verweser oder vom vom kaiser unterschrieben wird habt ihr das recht auf die bundesstaaten angehörigkeit auch wenn die euch die rechtstellung nicht gleich geben wenn die sich wehren aber dann müsst ihr einen protest machen dann müsst ihr eben jede woche auf das landratsamt vom landratsamt den landrat beim namen nennt dass er hier stadt nazi staatsangehörigkeiten verteilt und die leute antrechten will und irgendwann wird der protest wachsen aber wenn er überhaupt nicht mit fahren durch die kante zieht und ihr wisst wie ihr staat heißt wenn ihr mit schwarz-rot-rot durch die kante rennt um es noch zu verschlimmern dann kann ich euch nicht helfen ich habe es euch erzählt wie die flaggen aussehen also nutzt sie einfach und zieht mit denen durch die kante dann geht das ganz schnell weil das ausland will die franzosen haben bonik wenn wenn wir das kaiserreich zurück haben wollen ich habe heute noch eine wand zu verputzen und nicht nicht mit con Vielen Dank.